Ah, okay. Tschüss Helikopter. So, wer bin ich? Rochelle, scheiße. Mist. Und damit herzlich willkommen zu Left 4 Dead 2. Jo. Jo, mit Sarak Zott und Sakul Play. Und Alice. Und Alice natürlich. Und den Coach, ne? Und den Coach, genau. Der spielt da mal. Der spielt solo. Genau. Der macht das ohne uns. So. Nehme mal Doppelpistole. Boah, wie war das? Ach ja. Doppelpistole ist gut. Ja. Weil das halt immer Grenzen Munition hat, finde ich das so cool. Yep. Das ist echt cool. Ja dann, geh mal, oder? Starten wir gleich. Wo ist jetzt meine Waffe? Kommt mit zwei Derben. Ah. Du kannst nur entweder, also du kannst nur immer eine Primärwaffe tragen, ne? Oh. Das heißt, du kannst entweder nur eine Axt oder später dann irgendwelche dicken Gewehre tragen. Okay. So, ist irgendwas unter der Treppe? Nö, schade. Voll weg, Nuts, ne? Moin. Oh, oh my god. Friendly Fire is on, ne? Echt? Ja. Nicht auf ihre Verbündeten schießen, habe ich mal nicht. Richtig. Ach, du hast es gleich mal getestet, oder was? Natürlich. Boah, sind die hässlich. Ja, natürlich sind sie hässlich. Das sind Zombies. I, Hunter, Hunter, I. Ja, scheiße. Oh my god, oh my god. Weil bei mir sieht das ja so lustig aus. Ich habe da mehrere Add-ons runtergeladen für Waffen-Skins und, äh, meine Rochelle sieht nicht aus wie Rochelle, sondern, äh, wie heißt sie? Äh, Clementine von The Walking Dead. Cool. Ja. Ey, das ist ja mega cool. Kann man sich alles runterladen? Skins für, äh, Macheten, Pistolen, Gewehre. Boah, kann man da auch die anderen Charaktere runterladen von The Walking Dead? Äh, Lee kann man noch runterladen. Wie? Ja, Lee. Wie sind die? Äh, in der ersten, äh, Staffel von dem Spiel. Ach so. Okay. Hör irgendwas Dickes. Glaub ein Boomer oder sowas. Oh my god. Ah, fuck. Hunter, Hunter, Ruhige, Ruhige. I, Alter, I. I. Bei mir ist alles grün. Ja, das ist der Boomer. Lecker, ne? Schieß mir mal den, den Typen da rein. Tom, Tom, Tom. Ich seh ja gar nichts. Wo bin ich denn eigentlich? Ah, das sind ganz viele Zombies. Geh weg. Das Ding hier nicht auf mir. Danke, Coach. Ich lade. Lade nach. Wie geht's? Wah. So viel körperliche Nähe wollte ich dann doch nicht. Ja, die stinken ein bisschen, ne? Schon wieder Lich. Der Aufzug ist im Arsch. Zu den Treppen. Der Aufzug ist im Arsch. Am Arsch. Ne, da sollte man nicht raus aus dem Fenster. Ne, nicht unbedingt. Das machst du nur einmal. Wieso was passiert? Ich möchte es wissen. Willst du es ausprobieren? Ja, gerne. Da ist hier was drin. Nö, schade. Defi, möchte man ein Defi? Ne, wir sterben ja nicht. Ne, danke. Nehmen wir den Kotztopf mit. Da ist noch ein Kotztopf drin. Oh mein Gott. Kann man da eigentlich runterfallen? Ja. Oh mein, der Auswurf gehört nicht in den. Hui, knacktort. Wenigstens wirst du nicht zu einem Zombie. Ja, das stimmt. Ist ja auch schon mal was. Ja, ich meine, aber es ist bestimmt auch interessant so aus der Sicht vom Zombie zu spielen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde fast ohne den Ball. Ja. Best mal Resident Evil 6 zocken damit. Oh mein Gott. Oh, nicht schon wieder der fette Mongole. Ich, 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 ich. Boah. Ich sehe bloß lange Köpfe. Und, wie man, Lebensbalken. Abkratzt. Das haben wir gleich. Lecker. Nicht selbst heilen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte mich eigentlich heilen, aber. Ja, du hast mich geheilt und jetzt heile ich dich. Ach so. Oh. Ich schmeiß mir mal ein paar Drogen rein. Was macht denn eigentlich der Diggi Große da? Der wartet. Der lässt uns vorgehen. Ach, der macht der. Ja, ja, so. Wer ja. Natürlich. Natürlich. Downstairs. Oh, dort brennt's. Wunderschön. Hm. Haben kleine Kinder mit dem Feuerzeug gespielt. Zombie leuchtet. Oh, oh mein Gott. Ich brenne. Vorsicht vor denen im Schutzanzug. Hallo. Ja. Ja. Na komm jetzt. Wieder irgendwas. Ii. Ii, was ist das? Hunter. Boah, das hat mich, das hat mich. Nicht mehr. ich bin alleine nehmen wir mal den schuss mit kannst du eigentlich deines kind wollte mal abhängen wortwörtlich voll abgehangen die alter wisse wo ist der ist so ruhig gerade okay die tür mache ich jetzt nicht auch was haben wir hier aber wieder drogen okay wird uns als erstes verlassen das finde ich nicht gut wenn ich sehr Böse Lagen macht eigentlich fast mehr Spaß hier oh mein Gott Pudding grüner Pudding hier weg Dickie ah von hinten das schlimmste wäre oder ich weiß nicht ob es stimmt wäre es wäre irgendwie lustig und scheiße wenn man den dicken aus Outlast hier oh ne bitte nicht der Mopsie der Mopsier ja ich mag den Mopsie nicht den muss ich ehrlich auch noch haben ich habe vor dem gar keine Angst mehr echt ne der interessiert mich gar nicht ich renne einfach weg ich finde den schrecklich der nervt mich oh ich bin fast tot also der hat mich sogar im DLC gestresst hm hat man gesehen mich hat nur der mit der Schere gestresst oh ja der Finger so ab der hat einfach mal eiskalt meinen Finger abgeschnitten schlimm ne ja direkt wegen Körperverletzung anzeigen und das soll ein Arzt sein ja 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 apropos Arzt ne Onkel Doktor oh oh hey bin Rochelle und du ich bin Nick müsst euch nicht merken keine Sorge der Doktor ist schon da ja was ich so schlimm fand war gleich am Anfang wenn man die Tür auf macht und dann kommt der da der wo der runter hängt ja in der Bücherei das werde ich nie vergessen ja da habe ich so geschrien ich nehme eine Uzi ich nehme eine Uzi 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 yeah ich liebe Strootflinte ich liebe Strootflinte 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 meins fertig ich sehe so viel ja sie ist mehr als ich oh ich fang gleich bestimmt an zu brennen oh hier gibt es was zu essen geh weg ksch ich habe sich einfach kokelt vielleicht ansonsten äh auch ne Cafeteria oh Gott ich bin wieder podding alles selber nicht ein Outlast warum ja äh letzte Folge aufgenommen Cafeteria brennt verfolgt mich warum ich glaube Outlast verfolgt jeden sei es in den Träumen oder sonst irgendwo warum wurde ich drum gebeten es zuletzt playen warum oh nein Aua und was war das denn hat grad wie auf mich geschossen gibts zu es war der Coach achso der Coach alles klar das ist jetzt dann die Standardausrede oder Coach war es ja Leute ich sag mal voll unverschämt hier kein Respekt mehr ihr rennt da rum als würds was ums sonst geben ey Gibt's ja auch Menschenfleisch oh ja stimmt ich hab den Dicken aber getötet ich setz mich jetzt erstmal hier ein bisschen hin ne ich mach Pause trink mal einen Kaffee jo hm Kaffee bam du hast das Telefon zerstört ach Telefonleitung ist eh tot zu die Tür zu die Tür so das war das erste das war das erste jo krass superkiller Alice räumt ab hier aber richtig ja Alice ist halt der Zombiekiller schlechthin ne hat man ja schon den Resident Evil gesehen ich bin richtig gut das macht doch nichts geht doch um den Spaß ja der Spaß kommt noch beim Tank so das eine mal war auch ganz schön da hab ich mich richtig aufgeregt ich nehm auf und dann wirft der Tank ein Auto das Auto landet auf mir drauf und ich sterbe und ich war so gut wie fertig ah wer schießt denn voll gemein Zombies ist schon realistisch irgendwo ne he 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 ja mit so ein Auto auf dir drauf mir wirds auch weh tun ne ich will die Schrotflinte äh soll ich mich heilen und ein neues Medikit mitnehmen oder soll ich es liegen lassen ja wach ne ne heil dich und nimm mit warum was liegen lassen ne gibts hier neuen neuen Staff ne hallo ne immer noch dasselbe boot laden nach nicht vergessen wieder nachzuladen also ja ich find's doof dass ich in die Strootflinte so wenn ich reinpasst aber ich nehm die UC egal ah ich mach das Opfer ich renne aaaaaaah ja ja wie kann man rennen lol der rennt gegen die Toilette laufen gegen Stixi Klo gegen Stixi Klo gegen Stixi Klo oh mein Gott halloo stell dir vor ihr werdet da jetzt drin gesessen ja oh Gott du glaubst du wie das rumpels oh du krieg dein Herzinfarkt alter nehm mal hier das Gasdinges mit wenn ich jetzt auf das Gas schieß explodiert's Ja. Tu's nicht. Achso, tu's nicht, soll man nicht sagen. Auf welcher Spieligkeit spielen wir eigentlich? Auf leicht. Was? Ich weiß, wir sind voll die Kack-Noobs, wir müssen auf leicht spielen. Nicht auf schwer. Schwer kann jeder. Schwer kann jeder, leicht kann nicht jeder. Genau. Geh kaputt. Gibt's auch Ultra? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt. Lade nach! Ah, hier Waffen, Rohrbombe. Wer will? Ich nehme die Waffe da. Ich habe einen Kotztopf dabei. Ja stimmt, ich habe auch noch einen. Ich nehme da mal die Gaspulle mit. Ist immerhin Maschinen-Geser. Was habe ich da? Eine Zitkette! Oh, hier heult so eine Witch. Echt, ich höre die noch gar nicht. Da hinten. Wo heult die? Ach, da ist sie! Da müssen wir alle rausfallen. Wie ist der eigentlich? Oh mein Gott. Die macht einen ziemlich kaputt ansonsten. Jaxi hoch, Jaxi hoch! Äh, warte, warte. Da kommt ein Charger aus der Tür, oder? Ja, ja stimmt. Das ging ja mal gut. Oh mein Gott. Hinter uns, hinter uns. Wo kommt denn die alle? Sag mal. Nein! Scheiße, ich habe die Witch aufgesteckt. Oh nein! Ah, die kommt doch nicht raus. Ist die dumm. Oh, sie ist tot. Oh, du hast es kaputt gemacht. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Du hast es kaputt gemacht. Ich bin so weit. Und jetzt versuchen sie dir zu sein.